ich brauch dringend muni alter ich auch was habt ihr denn da gerade aufeinander gesprayt ich habe den nicht gesehen der ist im gebüsch gewesen und da bin ich hinten rum und dann mit einer handpistole das war eine bornheim war er das der geschossen hatte ich habe den doch nicht gesehen da war doch im gebüsch gestanden ich habe da halt rein ist super nämlich mir direkt muni für euch ganz dringend das waren doch nur zwei stück jetzt oder oder bin ich da irgendwie falsch ist richtig deswegen müssen wir auf jeden fall aufpassen wo sind der andere hier vorne habe ich ich habe nur den mann aus den bergen oder er ist kein plan der ja aber lasst sie doch anzünden oder ich suche gerade eine laterne ich habe natürlich ich habe eine art hüllenfeuer aber die frage ist wo ist der zweite haben wir nicht zwei gelegt war das nur einer echt du hast doch gesagt du hast nur einen anderen gelegt stefan ich habe eingelegt habt ihr mit der strengbombe angehittet und danach habe ich halt leider wird ich würde kurz noch die kommt und hier bitte nach muni durchsuchen ich bin ja ich habe einen neuen schüssen hier was denn ich bin ich bin ich bin beim anderen kommt er war näher für mich welcher wie kette war doch schon einer angeschossen oder nicht keine ahnung ich dachte der fischi oder einer ich komme hier nicht rum weil hier ein mietheit steht währenddessen währenddessen hat auch ständig einer geschossen hat dann auf die hunde die nach außen waren geschossen alles gut alles gut ich dachte ich habe dann habe ich mich verhört einfach oder das konnte nicht annämen weil die scheiße töter die ganze zeit von den scheiß zauern hoch wo gehen wir denn hin als nächstes ich würde den noch einen moment abscopen weil ich glaub noch nicht dass das zu ende ist hast du den ab angezündet ja ja mit mit höllenfeuer also der müsste ich weiß nicht verliert er drücken großen ja locker anderthalb sogar glaube ich weiß ich so große und die beine das kommt noch schnell nach muni durch weil ich echt aber zwischen zwischen also unter solters ist auch noch ein wagen ok auch gut ich habe jetzt erstmal nachgeladen und habe wieder zwei volle magazine damit kann ich schon mal arbeiten weil wir haben den aus den bergen gelegt der matthias hat gesagt der hat den gelegt dann ist er wieder gestellt worden ja genau also muss es ja noch andere geben und wenn hier nur eine eine bounty also hier nur ein dings bisher haben dann stimmt ja was nicht was ist denn das für shots ich mit dem lead hat hier ich mache noch ein bisschen alarm bisschen ep und so ja ich würde auch umlernen da jetzt hin weiß nicht wir können auch gehen wir noch mal zur leiche ich habe gerade geschaut brennt noch oder was ich habe jetzt ausgebrannt ab und hoch gegangen wir fliegen irgendwo ok ich stehe leider leider nicht stehe ich stehe hier auf dem acker irgendwo boah der schlag war genau beim schuss geil perfekt das wird doch ne chaos sein oder mehr na und mit netten die hunde bin in der junden das muss einfach ein zweiter ist auch kurz cool dass ich nicht dass du hier ist es nie alles gut ich hab eh den bechnerzten Rücken muss aber alles gut weil wenn ich Quickplay spiel dann bin ich mir so aufgeregt 1- sorry ja von mir aus können wir auch leben ausfüllen und gehen aber wenn nicht kriegen wir jetzt eh keinen mehr weißt du leben kriegt er eh nicht wieder aber es lag doch noch keiner von uns oder doch und Stefan einmal ne Kasse bei mir hier Ravens deine Hallo Hallo Was denn? Das deine Raben waren Ja Alter warum antwortest du denn nicht? Weil ich es nicht gehört habe weil das Spiel einfach so laut ist Ja die Raben waren so laut ne ich dachte grad was Ey warte mal du bist ganz schön weit vorne gehen wir auf den Moor oder was? Ja oder? Können wir probieren du seid halt nicht full life das heißt auch ein Lebellschuss aus dem Fenster legt euch Ja ja Ha nervig diese Zombies alter Jetzt werd ich gleich wahnsinnig mich verfolgen 3 Zombies von denen ich nicht einen getriggert habe Die müssen von irgendwo anders noch Nein Hast du den gerade gelegt? Ich Mit Silencer oder was? Nö mit dem Messer Wurfmesser Wurfmesser ja ja ok Ich hab halt keine Sprengmittel mehr leider Ich hab halt keine Sprengmittel mehr leider Aber ich glaub da ist sowieso ein anderes Team noch am pushen und so Das ist eine schwache Ausdauer Ich geb sie mir einfach Als könnte man zu viel Ausdauer haben Jemand Schrot? Ne ne? Ne Vetterli Stefan? Stefan? Was hast du mit? Ich hab mir nicht die Bälle gekrallt da Ah ok Haha krass er doppelt genommen Schwänze Schön läufts auf jeden Fall Oh da war einer am Fenster Scheiße Fast 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 Hier ist noch einer close bei mir Och man ey Hier ist noch einer Über dir da lieg ich genau ja Oh jetzt häng ich mich direkt an der Luft Alter warum Alter warum Wir rein pushen müssen Wollang? Ach man Tja ich hab den gelegt Aber egal Ich glaube Das waren wir zu gerne Vielleicht könnt ihr mich noch heilen Schnell 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 Probier's bitte Der ist unten draußen irgendwo Ja warte ich kurz Ja Okay Wollang noch Da drinnen Push rein Mach was Hier außen Hier außen Nooo Leute ich brauche Hilfe Ach man Ach man Wie ist denn dieser Scheiße Chinese ey Was Nein Er hat ihn Stefan hat ihn Stefan hat ihn Stefan hat ihn Stefan hat ihn Wow Oh Oh Junge Ich war leer leider Fuck man Oh boys Das war risky ey Ich hab mal kurz geschaut War nix Ich hab mal kurz geschaut Dann chillen Ich muss heilen Ich brauche Luke Waffen auffüllen Da ist schon wieder einer gleich bei Eisener Hütte hier Das stimmt nicht Ich muss mir auch fast aufhören Lass doch mal bitte Einmal sind wir nicht gestorben Direkt wieder Reimschweihaden Was du schritte Es ist doch gut euch zuzuhören Das ist wie so mitkommen Die Schuhe Wir waren noch irgendwo Waffen Oh yeah Lammat und Winnie Schall Dem ver geil So wo lag denn der letzte War hier unten einer Ja Der andere hier hat gebrannt Und wo ist der dritte Oben Ne ne Ja Der muss im haus Ja der liegt im haus Unten im haus Na hier also äh Ja ja ich komm Mal gucken was das für Waffen Genau Mir fehlen nämlich noch 5 Schuss in meiner Lebelle Ohhhhh Nur noch 3 Hier unten ne stimmt Der hat sich ganz Ja ja ich erinnere mich Haha Der hat sich Der hat sich schön wegschießen lassen Hahaha Das hat mir Das hat mir gut gefallen Ich versuche kurz die Waffen So jetzt ist der Onkel voll Jetzt können wir hier wieder Wer hat die Bounty? Du und Stefan Ich hab eine Ja Ich hab noch Die andere ist Extracted Ist noch ein Meathead Wer noch Wir müssen eh Leben auffüllen Ja boh Ich muss den Meathead hier schnell noch wegfloppen Hinten in der Ecke ist der Ich hab ne Dolphyspräzision von dem einen Geil Ich hab die auch gesehen Aber ich dachte ne ne Ja Zwei Schuss Haha Super Ist total useless eigentlich Was ist das denn Ich hab die Ich hab die Ich hab die Aber ich bin Ich hab die Der einen ist ja wieder gestellt worden. Nice. Als ich das erste Mal gestorben bin, das war richtig behindert. Da klettere ich hoch, das war wo du gesagt hast, hier ist einer close. Da wollte ich ein Dynamit reinwerfen. In dem Moment macht er hinter sich die Tür zu. Ich wechsle zur... Knarre. Zur Knarre, genau. Er macht die Tür auf und kommt mit nem Beil raus. Und hackt nicht um. Oh nein. Das ist natürlich Höchststrafe. Scheiße. Aber wie krass die versucht haben uns zu pushen. Guck mal, wir wollten ja Zugriff aufs Bosslayer machen. Und in diesem vorderen Räumchen, da saß schon der Kollege. Und hat auf mich gewartet quasi. Hat er halt schlecht gemacht, weil er ist ja gestorben. Aber... Nichtsdestotrotz hat er gewartet. Aber... Der ist eben... Der ist so mies eben aus meinem Hängen raus. Stefan, gut, dass du noch da warst. Der hat mir auch gut einer reingedrückt, ja. Der hat mir auch gut einer reingedrückt, ja. Der ist so schnell. Ja, geil. Nochmal Special. Schade, dass wir keinen Banditschmehr machen können. Wir haben's gerockt. Wir waren nur zu spät. Das war das Geballere, da sind die bestimmt über das Feldgefäß oder sowas. Hast du bei mir? Geil, Mann. Berlin kackt ab, ey. Da mach ich mir doch nen Arsch ab. Bei was denn? Los geht's? Der DFB-Fokal, die liegen in Braunschweig 4-3 hinten. Ja, aber Braunschweig. Braunschweig könnte das auch. Aber ich hab da bei, Mann. Die haben einen Blutschweg. Was geschafft. Da schweig. Oar! Was geschafft. Ja! Ja! Da! proposed wurde. Das bei Wurst hätten wir mal nach Miethead geguckt, naja. Wart mal kurz am Ausgang mal bitte. Ne, wer ist denn am Ausgang? Fischi oder was? Mhm. Wurst hat kommen immer noch dort. Geht mir da grad nochmal. Hey. Bruder da zurück, kurz Mini holen, ich hab keinen. Ich kann noch zwei Schüsse nachgeholt. Brauchen wir da nicht mehr. Aber wer weiß, ob da noch was aufkommt. Ne, 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 jetzt geht's nicht mehr. Glaub ich auch nicht. Ich glaub das war's. Falls es noch ein anderes Team gab, hatten die das vielleicht? Ruft sich. Jo. Bei mir auch. Ich find die da was für ein T-Shirt. Soll ich, das war mein zweiter Gedanke beim... ...betreten des Gonfounds. Hier ist doch bestimmt noch ein Kass. Ich bin vorgekriegt. Kannst dich aber nachher nochmal melden, Matisse, wenn du irgendwie noch ein bisschen Rocket oder so spielen willst. Okay, oder? Bist du noch bei Dota oder was? Ja, mal schauen. Irgendwas anderes. Jaja. Soll ich spinnen? Weißt du noch mit? Ne, ich suche... ...will eigentlich mal ein neues... ...Build-Time-Strategy-Spiel irgendwie haben. Keine Ahnung. Zum Beispiel, was sowas sein könnte? Ey, sowas wie jetzt hier, das ist Herr der Ringe halt. Nur irgendwas Neueres halt. Keine Ahnung. Habe ich total Bock drauf auf sowas. Wie wär's denn mal... Äh, Jungf, wie wär's denn mal mit Daisy Standalone? Oder seid ihr gar nicht so der Fan davon? Okay, ich hab's auch schon gar nichts. Ich hab's nicht. Daisy einfach oder was? Daisy Standalone. Oh mein Gott. Und dadurch, dass die jetzt... Dass man das jetzt auch modden kann. Also sprich, von den Servern zur Verfügung stellt. Kann man jetzt Bases aufbauen. Äh, Looten gehen. Zombie... äh... Killen ins... äh... PvP... Ist halt sehr Strategie auch elastisch. Du musst dich halt richtig auch bewegen. Kommst du dir in der Hand? Also... Ziemlich bewegen. Iiii... Oh, da ist ne Mücke. Frust du's doch. Ei, ei, ei. Oh, Brutzel. Ich hab mir auch so ne Brutzelapparat geholt. Und da ist noch eine. Geil. Zwei mit... Zwei mit einem Schlag. Killen, 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 killen. Aber ich hab mir auch so ne... Elektro... äh... Platsche geholt. Einfach die Besten. Ich find das so geil, wie das knallt in die Viecher verrechen. Wichtig ist halt, drückst du danach immer nochmal platt, weil die... ähm... Die überleben das meistens. Das Gebrutzel. Und sind nur betäubt. Ja. Sie sehen sich dann wie blöd und feiern. Five Hunters. Geil. Endlich spielen. Drei mal meine, zwei unterstützte. Alles klar. Gleich am Start, wa? 人... war der Marysst aus. Geil. erzähl nicht frischig. Und jetzt kann es nach Oliva ab, es kommt drauf auf Geldes. Export.